Rainer, wir brauchen wieder einen Rettungsschirm. Die Bahn steht vor der Pleite. Pass auf, Engi. Das machen wir wie bei den Banken. Grube, Käfer und Co. sind schließlich systemrelevant. Und aus dem Rest machen wir eine Bad Bank. Strecken stilllegen, Bahnhöfe schließen. Pass da. Milliarden an Steuergeldern. Bad Bank. Strecken stilllegen. Machen die Menschen da mit? Die Geschichte mit der Rettung der Griechen und Spanier haben sie uns schließlich aus der Hand gefressen. Obwohl wir wussten, dass unsere Milliarden nicht bei den Menschen ankamen, sondern bei den Banken. Oh, ist das noch heiß. Wie bei Stuttgart 21, da sind sie auch nicht um Züge. Sondern um Geld für die Wirtschaft, Engi. Rettungsschirm, ja, aber keine Steuererhöhung. Lass deine Parolen, Brüderle. Wir sind unter uns. Das Volk hat die FDP übrigens längst durchschaut. Wir aber haben die Menschen vertraut. Bei der Bundestagswahl vor zwei Jahren. Nur deshalb. Bist du Vizekanzler geworden. Ist doch Unsinn. So geht eben Demokratie. Aber was machen wir mit den ewigen Querulanten in Stuttgart? Ach, hören wir auf mit denen. Die Wutbürger werden wieder Rabatz machen, wenn wir Teile der Bahn abwickeln. Ich gehe jetzt raus. Weichei. Wir sind das Volk, Brüderle. Demokratie muss marktkonform gemacht werden. Das habe ich schon vor drei Jahren gesagt. Und dann sind alle zufrieden. Frag mir lieber, was wir mit den vielen Tunnelröhren in Stuttgart machen, durch die nie ein Zug fahren wird. Das ist doch kein Problem. Stuttgart ist das größte Weindorfer der Republik. Darauf verstehe ich was. Die Schwaben machen da sicher eine schöne Sektgelerei draus mit einer schönen Farbe. Das ist deine Herrenwitze. In Wien und Veritas, große Kanzlerin. Wein und Sektgelerei, darauf verstehe ich. Also sind wir dem Steuerzahler schuldig, wenn wir schon so viele Milliarden in Stuttgart versenkt haben. Die Wirtschaft und die Banken haben sich gefreut. Und wir haben mehr Parteispenden erhalten. Du hast allerdings zu viel bekommen. Schließlich war Stuttgart 21 mein Verdienst. Oh ne, das war's nicht wahr. Ne, ne, ne. Aber das mit der Sektgelerei ist Quatsch. Soll der Kretschmann den Atommüll doch in die Stuttgart 21-Tunnel schieben. Als ewiges Zwischenlage. Gute Idee. Ja, eine krechte Strafe für die ewigen Demonstranten, die unsere Demokratie müssen brauchen. Aber ein Tunnelkilometer wird für Wein und Sekt reserviert. Kommt nicht in die Tüte, du Suffkopf. Das werden wir ja sehen. Oh, ich rutsche aus. Ich helfe dir, ich helfe dir. Oh, Mensch. Oh, ich rutsche aus. Oh, ich rutsche. Ich lebe, ich rutsche aus.